einen schönen guten morgen liebe traderinnen und trader es ist dienstag und wir treffen uns hier auf ticmeldeutsch wie immer zu der besprechung der täglich neuen handelsideen mein name ist mike seidel und ja mit diesen handelsideen gebe ich ihnen immer wieder die ein oder den ein oder anderen einblick in die betrachtungsweise meiner charts für all diejenigen die hier auch live zuschauen haben sie die möglichkeit ihren eigenen chart auch gerne mal betrachten zu lassen das heißt wenn sie mögen schreiben sie ruhig direkt in den chat hier bei facebook den wunsch chart hinein da gerne analysiere ich den dann auch hier direkt live im webinar zu beginn steht der risikohinweis der handel mit devisen und cfd auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren bevor wir in die interessanten charts aus dem heutigen blog im austral dollar us dollar neuseeland dollar us dollar und euro norwegische krone schauen gucken wir natürlich zuerst auf die tagesnachrichten heute heute stimmt das datum ich hatte gestern leider die daten von heute schon drinnen das habe ich aber erst im nachgang gemerkt als ich überprüfen wollte wie sich die zahlen entwickelt hatten und dann dachte ich plötzlich ups da war ja heute der dienstag schon drin und am montag habe ich den vorgetragen von der seite her bitte ich das ganze an dieser stelle auch zu entschuldigen heute schauen wir auf die nachrichten klar das was ich jetzt erzähle ist dasselbe wie gestern das heißt wir bekommen heute sehr sehr wichtige informationen um 11 uhr vom zew konjunkturindex die konjunkturerwartung für deutschland werden hier bekannt gegeben in diesem rahmen gibt es natürlich auch um 11 uhr die einschätzung der aktuellen lage dann gibt es um 14 uhr 30 als sehr sehr wichtige nachricht den verbraucherpreisindex aus den usa die kernrate hier für den monat mai sie wissen das sind wichtige anhaltspunkte für die zentralbanken bezüglich der zins entscheidungen wir haben ja diese woche mittwoch auch die zins pressekonferenz der fed auf der uhr stehen die fangen heute an zu tagen tagen ja immer für zwei tage also von der seite her ein wichtiger tag der morgige mittwoch was die entscheidungen der zentralbank in den usa angeht dann bekommen wir heute den opec monatsbericht um 13 uhr 20 das sind also die wichtigsten dinge die heute hier auf uns warten sie sehen es auch in der übersicht was für ihre planung wichtig ist nehmen sie sich gerne auch raus oder schauen sie selbst in die entsprechende tagesplanung der marktnachrichten hinein das sind wichtige ja zeiten zu denen auch die ein oder andere bewegung an den märkten auch immer wieder ja eintreffen kann und damit würde ich sagen gehen wir direkt auch in die charts hinein wie schon gesagt ich habe heute für sie vorbereitet drei währungspaare und zwar beginnen wir hier mit dem austral dollar us dollar hier im tageschart wie immer weil dort die meisten bewegungen auch mit drin sind also wir haben hier den austral dollar in einem trend in aufwärtsrichtung sich bewegen das sehen wir hier das habe ich für sie auch markiert und am freitag vergangene woche hatten wir hier eine kerze die mit ihrem tief an das tagestief dieser grünen kerze hier unten herangelaufen ist und danach sehr sehr stark wieder aufgekauft wurde das heißt wir hatten hier eine umkehr kerze mit ihrem schlusskurs im oberen drittel der kerze es ist zwar ein roter kerzenkörper aber wir haben hier sehr schön ein sogenanntes intraday und wösel auch gesehen das muss natürlich bestätigt werden und dann haben wir hier die erste kerze vom montag da haben wir gesehen der markt lief schon nach oben das heißt wir hatten eine grüne kerze wir sind auch weit in den kerzenkörper der freitags kerze hineingelaufen aber wir hatten immer noch nicht die bestätigung dass der markt tatsächlich auch hin will manchmal braucht der markt halt etwas zeit um sich entsprechend nach oben zu entwickeln das heißt wir wollen hier gerne eine bestätigung haben dass der markt aufwirkt das heißt das was wir brauchen wäre ein umkehrsignal hier bildet sich an dem heutigen tag mittlerweile deutliche aufwärtsdynamik aus an den märkten das heißt wir schauen uns dieses bild gerne mal in der stunde an und in der stunde sehen wir jetzt sozusagen den aufwärtstrend hier den untergeordneten aufwärtstrend den wir hier hatten in der stunde nach oben der ist jetzt erstmal wieder gebrochen worden das heißt was jetzt hier der fall ist etwas unsicherheit an den märkten damit merken sie so genau will der markt noch nicht hoch aber was haben wir hier drinnen liegen in der stunde schauen sie wir haben hier oben sozusagen das hoch dieses abwärtstrends den wir hier im markt liegen haben da müssen wir auf alle fälle drüber das wäre dann eine richtig gute und wichtige bestätigung was wir hier unten jetzt sehen könnte halt oder kann halt auch der teil dass wir eine trendförmige erste bewegung hatten die jetzt entsprechend korrigiert worden ist und der markt zieht nach oben und das endresultat wenn der markt dann steigt wäre dann das dass wir hier untergeordnet einen schönen aufwärtstrend in der stunde haben der den abwärtstrend hier gebrochen hat und dann dynamisch in die richtung des tages hineinläuft und da sehen sie auch schon was hier entsprechend auf uns trader wartet das heißt wenn wir hier oben drüber gehen dann haben wir hier schon das nächste tages hoch das heißt die tageskern vom freitag deren hoch wäre dann als anlaufpunkt und dann der nächste anlaufpunkt wäre natürlich hier oben dieser widerstandsbereich um die hochs um die 076 715 das heißt diese beiden hochs hier vom man haben wir hier vom sechsten und vom siebten juni liegen auch sehr eng beieinander das wären dann die nächsten anlaufpunkte auf der oberseite dann sehen sie ist auch gar nicht so weit davon weg hier das nächste tages hoch hier drüben bei 076 810 bevor es dann dynamisch auch weiter nach oben laufen kann also das sind mal die punkte die wir hier aus dem chart heraus sehen sollte die korrektur doch etwas tiefer laufen dann wäre auf der unterseite eine unterstützung natürlich erst mal das tief was wir hatten das heißt zum einen das tagestief vom freitag und dann das tagestief vom vierten juni wo der markt auch so sehr dynamisch nach oben gelaufen ist das wären hier die ersten unterstützungsmaßnahmen etwas tiefer dann die 075 126 und dann hier unten der bereich um das momentane gültige korrektur tief der letzten korrektur und das liegt bei 074 752 also wir werden sehen was der markt hier macht er kann nach unten laufen schön wäre es natürlich dass dieses umkehrsignal dieses muster was ich jetzt so stück für stück bildet auch nach oben bestätigt werden würde und dann hätten wir die wahrscheinlichkeit doch auf unserer seite dass der markt wieder hier nach oben läuft und im mittelfristigen bereich dann sozusagen sich hier stück für stück auch nach oben arbeitet im bereich dieses chartfensters was wir hier offen haben ich sehe gerade die elena ist auch da einen schönen guten morgen elena schön dich hier wieder live im webinar dabei zu haben so dann schauen wir auf das nächste währungspaar und zwar ist das der neuseeland dollar us dollar hier habe ich für sie die vorbereitung gemacht wir haben ja über diesen chart schon mal gesprochen der so wahnsinnig dynamisch nach unten gelaufen ist kurz korrigiert hat hier oben ein umkehrsignal gemacht hat wo der feil ist und dann nochmal mit ordentlich schmack ist nach unten gelaufen ist hier hat sich mittlerweile eine situation herausgebildet in der der markt hier nach oben trendet und wir in diesem bereich dieses markierten korrektur hochs auch angekommen sind deswegen zoome ich mal etwas näher in dieses chartbild hinein weil das ist ein sehr sehr spannender bereich warum ist der so spannend der markt hat hier untergeordnet einen trend gebildet wir sehen die bewegungsarme ebenfalls mit trends aktuell ist das ganze in seiner korrektur das heißt wir sehen hier den markt entsprechend etwas seitwärts laufen er versucht schon immer mal wieder in diesem widerstandsbereich hier oben hinein zu laufen und da gibt es an dieser stelle zwei möglichkeiten nummer eins im sinne dieses trend den ich hier eingezeichnet habe dieses untergeordneten trends handelt es sich jetzt hier über eine korrektur die mehr oder weniger etwas seitwärts läuft wir haben hier unten einen unterstützungsbereich an den tagestiefs hier die wir hier hatten das heißt das tagestief von heute und das tagestief vom fünften juni um die 0 was haben wir hier unten 0 69 9 6 6 das wäre der unterstützungsbereich hier unten da ist der markt immer mal reingelaufen aber hat gleich wieder nach oben gedreht und hier oben haben wir das das gegenüberliegende bild der markt läuft in diesen widerstand hinein dreht nach unten aber wir sehen wir bekommen halt auch immer wieder dynamik von unten nach oben heißt vom prinzip wenn es dieser markt schafft hier sozusagen raus zu springen aus diesem aus diesem widerstandsbereich dann hätten wir dynamische kursbewegung in die in die tages hochs hier liegen schauen wir haben hier entsprechend in der chartistorie doch einige tages hochs die sehr eng aneinander liegen das kann wirklich sehr sehr schöne dynamik auch bringen die uns dann auf die oberseite bedienen lassen dann wäre auch dieser abwärtstrend definitiv beendet das heißt wir haben einen laufenden aufwärtstrend der jetzt entsprechend korrigiert und dann nach oben schiebt und wir sehen halt auch hier dass man unterschiedliche trendgrößen ineinander fließen hat die dann auch nach oben schieben die jetzt entsprechend natürlich hier auch korrigiert sind also für all diejenigen die das mal sehen wollen was ich hier meine das heißt das wäre der untergeordnete trend den ich jetzt für sie hier mal einzeichne der lief entsprechend in diesem bewegungsarm bis hier hoch und der korrigiert jetzt auch entsprechend in den markt hinein in sich selbst hinein und das ist halt dann interessant dann haben wir hier sozusagen zwei trendgrößen die ineinander fließen beide korrigieren momentan also das ist ein spannendes bild was wir hier nach oben sehen können sollte der markt sich doch dafür entscheiden noch etwas weiter zu korrigieren dann wäre natürlich der nächste anlaufpunkt erstmal hier dieses tief dieser tiefbereich von diesem untergeordneten trend den ich gerade eingezeichnet habe das wäre dann der kursbereich um die 0.69.627 in diesem bereich in etwa da könnte der markt für diesen kleinen trend hinlaufen diese größere bewegung hier kann natürlich noch tiefer nach unten korrigiert werden das wäre dann allerdings auch sage ich mal ein zeichen mehr von schwäche dass der markt doch nicht hier drunter will weil dann würden wir wieder in dieses übergeordnete bild hineinlaufen dann hätten wir wieder diese abwärts dynamik die in gruppe mit dieser abwärts dynamik des übergeordneten trends hinausläuft das heißt wir sind zwar schon mal über das hoch hier drüber gegangen aber der markt hat immer wieder abverkauft wir brauchen an dieser stelle also definitiv die bestätigung nach oben und wenn die kommt wie schon gesagt liegen die anlaufpunkte im chart auch sehr sehr schön ersichtlich ich gucke jetzt mal in den chart ob es fragen gibt fragen gibt es keine lütbar guten morgen schön dass sie heute auch wieder mit an bord sind und wie schon gesagt wenn sie auch fragen haben scheuen sie sich nicht den ein oder anderen chart hier ansprechen zu lassen und damit würde ich in das dritte währungspaar für heute gehen und zwar euro norwegische krone das habe ich hier für sie vorbereitet zu sehen heute haben wir nicht so die standard charts in den großen in den major währungen sondern es sind eher die kleineren währungen die wir hier heute auf der uhr haben was habe ich hier für sie als interessante situation herausgeschaut werden wir mal einen blick auf diesen jetzt ersichtlichen chart werfen dann sehen wir doch sehr sehr schön aktuell dass wir hier einen schönen nach unten laufenden abwärtstrend haben wir haben hier unten das trend tief bei 0 entschuldigung bei 9 46 004 das ganze liegen in diesem bereich das heißt wenn man mal diesen trend hier nach unten sieht wäre das erstmal der letzte tiefpunkt der sollte unterschritten werden damit sich dieser trend auch fortsetzt dieser bereich stellt dann entsprechend auch einen widerstandsbereich beziehungsweise einen unterstützungsbereich da weil wir jetzt von oben kommen und der sehen wir hier in diesem bereich wir haben hier schon immer mal auch anläufe gehabt wo der markt auch wieder aus diesem bereich hier unten herausgekommen ist nach oben getreten das heißt hier an diesem punkt sind halt wieder zwei dinge die passieren können das eine wäre die abreistrategie da nach oben das heißt dass der markt wieder hier unten rein läuft und erstmal wieder in die korrektur hinein geht der zweite punkt und das ist der für mich etwas wahrscheinlichere punkt ist dass wir hier unten dann doch einen bruch bekommen können der uns dann in die weiter unten liegenden kursbereiche um die 9 43 2 dann hier unten diese ausbruchbereich wo der markt einige mal nach oben probiert hat bis er wieder hoch gekommen ist und dann hat er es geschafft das wäre dann auch ein haltebereich hier um die 9 41 jetzt habe ich auf dem falschen knopf 9 41 knapp 5 und dann etwas tiefer noch liegen die 9 37 6 93 also das wären jetzt mal anlaufpunkte die wir hier auf der unterseite haben der grund weshalb ich persönlich dieses zweite szenario ja sag ich mal für sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich halte als dass wir einen massiven abprall nach oben bekommen ist das aktuelle verhalten der marktteilnehmer was wir hier sehen das heißt immer dann wenn der markt hier nach oben gelaufen ist hier konnte man auch schön so eine abwärts trendlinie einzeichnen immer wenn der markt in diesen bereich hinein gelaufen ist hat er mit verkäufen reagiert das heißt wir sehen hier doch eine sehr sehr starke dynamik nach unten gestern diese kerze schauen sie sich mal diese tages kerze an das war eine kerze da war der eröffnungskurs nah am schlusskurs das heißt da gab es kaum kursbewegung aber innerhalb des tages da gab es wohl deutliche kursbewegung hier in diesem bereich heißt der markt hat hier massiv abverkauft und wenn diese unschlüssigkeit diese schwäche sich weiter fortsetzt dann ist die wahrscheinlichkeit doch eher gegeben dass der markt nach unten raus bricht und wir dann sozusagen eher die märkte nach unten laufen haben und die unten liegenden punkte mit anlaufen wie schon gesagt wenn der markt doch nach oben drehen sollte dann kann man im kurzfristigen bereich sehr sehr gut die hochkurse hier die vortages hochkurse dieser kerzen auch nehmen als anlaufpunkte das heißt erstmal nicht davon ausgehen dass der markt hier massiv dynamisch nach oben dreht sondern vielleicht im kurzfristigen bereich einfach mal falls der markt doch nach oben läuft den ein oder anderen trading gewinn mitnimmt dann haben wir hier sozusagen die tages hochs bei kursen von 953 185 beziehungsweise im bereich von 954 694 entsprechend liegen das sind mal die kurzfristigen punkte hier oben sehen sie sind auch ein paar tages hoch aber momentan die dynamik ist also ist es momentan in diesem markt eigentlich überhaupt keine dynamik aktuell zu sehen heißt hier im endeffekt der markt schiebt hier nach unten und will noch nicht so richtig runter aber momentan auch nicht so richtig hoch das heißt hier ist relative ruhe in diesem bereich noch drinnen wir werden sehen was passiert auf alle fälle ist das ein ein kursbereich wo es sich lohnt auch für das kurzfristige trading hier einmal den fokus drauf zu haben und wenn es dann bewegungen gibt in die ein oder andere richtung hier entsprechend mit dabei zu sein das also für den chart im euro norwegischer krone damit bin ich für die heutige besprechung der charts auch soweit fertig ich hoffe der ein oder andere einblick hat ihnen gefallen ich schaue jetzt nochmal in den chat hier auf facebook da gibt es momentan keine weiteren fragen von der seite her möchte ich mich ganz ganz herzlich für ihre aufmerksamkeit bedanken wir hören uns morgen um 9 uhr hier an gleicher stelle wieder und wir sehen uns natürlich oder lesen voneinander im blog ich zeige auch all denjenigen von ihnen die den blog noch nicht kennen hier nochmal den blog auf der website von ticmel gehen sie einfach auf die website von ticmel hier oben sehen sie ist ticmel.com.de also stellen sie hier einfach deutsch ein dann klicken sie auf den blog und im blog finden sie dann hier alle handelsideen auch aufgeschlüsselt und für diejenigen von ihnen die auch immer mal wieder ein webinar sehen möchten gehen sie ruhig auf die website von youtube beziehungsweise direkt hier im ticmel in die entsprechenden handelsideen rein da finden sie am ende auch die verlinkung zu den youtube videos aus dem youtube kanal und da können sie entsprechend auch immer auswählen welches video sie sehen sich anschauen wollen das heißt hier unten haben wir die playlist drin und am aktuellen tag steht dann in der regel kurz nach dem webinar auch die aktuelle video besprechung drinnen und ein älteres webinar können sie sich gerne hier durch die liste scrollend auswählen um einfach noch einmal nachzuschauen also wünsche ich ihnen einen angenehmen tag ludger ich freue mich sehr dass ihnen das gefallen hat wir sehen uns dann morgen wieder wenn sie mögen gute trades und dann einen schönen tag ihr mike seidel